Herzlich willkommen, liebe Freunde der Freiwilligen Kooperation. Heute melden wir uns zurück mit einem kurzen Video. Es soll um den Euro-Schuldensumpf gehen bzw. um die Euro-Schuldenvergemeinschaftung, weil ich glaube, viele Menschen nach wie vor nicht so richtig wissen, was für eine Tragweite das hat. Machen wir ein einfaches Beispiel auf und sprechen über ein Haus. Fünf Parteien wohnen dort und zwar ein älterer, gut begüteter Unternehmer, sein Vermögen in Aktien, Immobilien usw. investiert, nimmt also deutlich mehr ein, als er ausgibt und ist eben dadurch in der Lage zu sparen. Dann zwei Studenten, die jobben so vor sich hin, um ihren Lebensunterhalt bestreiten zu können, leben aber auch in der Tendenz eher über ihre Verhältnisse und türmen auch ein wenig Verschuldung auf. Dann ein Bürgergeldempfänger, der sich vom Staat alimentieren lässt und der auch über seine Verhältnisse lebt. Ja, dann kommt es, wie es kommen muss. Die Studenten und der Bürgergeldempfänger verschulden sich so sehr, dass sie kein Geld mehr erhalten. Niemand leitet ihnen mehr etwas und sie sind ein wenig in der Falle und möchten aber auch irgendwie nicht die Insolvenz anmelden, sondern möchten, dass es weitergeht. Und dann machen sie den wunderbaren Vorschlag, darüber abzustimmen, als Hausgemeinschaft gemeinsam plötzlich zu haften. Ja, und natürlich 60 Prozent sind dafür. Drei zu zwei. Drei sind dafür, zwei dagegen. Eine 60 Prozent Entscheidung für diese Schuldenvergemeinschaftung. Ja, und dann wird es eben auch durchgesetzt. Ja, die anderen beiden werden überstimmt. Es ist eine demokratische Entscheidung. Wunderbar. Und das Elend nimmt seinen Lauf. Es beginnt also ein wirklicher Ausbeutungswettbewerb. Ja, der Student, beziehungsweise die Studenten und der Bürgergeldempfänger machen einfach so weiter und dehnen das natürlich noch aus, leben völlig über ihre Verhältnisse, verschulden sich zunehmend. Und auch der Unternehmer und der Ingenieur, die haben auch plötzlich keinen Anreiz mehr, sparsam zu sein. Ja, weil sie ja wissen, ja, irgendwie geht das ja immer so weiter und dann verschulden wir uns auch. Irgendwann kommt es aber dann so weit, dass dieser gesamte Haushalt, beziehungsweise dieses Haus derartig kollektiv überschuldet ist und ja, dass also der Zahlungsausfall, beziehungsweise die Insolvenz dann kommt. Ja, was passiert dann? Diejenigen, die etwas besitzen im Vorfeld, der Unternehmer und der Ingenieur, die werden eben um ihren Besitz gebracht, weil natürlich die Immobilien und die Aktien veräußert werden, um auf der anderen Seite die Schulden zu decken. Das reicht nicht mal aus. Die Schulden sind also noch größer und inklusive der Zinsen und so landet das ganze Ding dann in dem kompletten Desaster, im kompletten Schuldensumpf. Ja, genau so ist es geschehen in den USA damals, als man eine Schuldenvergemeinschaftung gemacht hat und auch in der Eurozone. Ja, im Vorfeld hatte man den Menschen versprochen, wir blenden das mal kurz ein, hier das Wahlplakat der CDU, dass niemand für den anderen haftet, also kein Land für ein anderes haftet. Das ist das Papier nicht wert gewesen, auf dem es drauf stand. Und ja, natürlich muss man auch dazu sagen, das ist jetzt ungefähr 25 Jahre her, da ist auch keiner mehr in Amt und Würden. Ja, hält keiner mehr seinen Kopf für hin, nicht mal moralisch. Und das, all das ist bekannt als Tragik der Allmende. Der Philipp Bargus, Prof. Dr. Philipp Bargus hat das sehr schön in seinem Buch, die Tragödie des Euro, skizziert auch, dass es eben auch beim Euro sich um einen Ausbeutungswettbewerb handelt und dass wir da ähnliche Dinge beobachten. Die Tragik der Allmende ist die Tragik des Gemeineigentums, dass sich eben niemand verantwortlich fühlt. Man kann das sehr gut an einer Schafsweide veranschaulichen, dass es eben eine gibt, die im Privatbesitz sich befindet und eine befindet sich im Besitz des gesamten Dorfes. Und wenn es sich im gesamten Dorf im Besitz befindet, dann gehört es keinem so richtig und dann schicken alle ihre Schafe drauf, bis kein Grashalm mehr übrig ist. Und wenn es im Privateigentum ist, dann wiederum ist es natürlich so, dass derjenige, dem es gehört, dass er aufpasst, dass es nicht überwirtschaftet wird. Und so verhält es sich im Grunde auch mit allen anderen Kollektivgütern, die es im Grunde auch gar nicht so richtig geben kann. Es ist eher so eine Art Hypostasierung, dass man also einem Wir, einem Staat, einem Allgemeingut, wie auch immer, eine Bedeutung zu misst, die gar nicht vorhanden ist. Ja, was halten wir, was lernen wir daraus, dass es im Fall der USA schiefgegangen ist, dass es bei der Schafswiese schiefgegangen ist und dass es auch bei dem Euro im Schuldensumpf enden wird. Und natürlich werden diejenigen, die etwas besitzen, die werden in Haftung genommen. Wie auch immer das geschehen wird, das wird man sehen. Allerdings ist dieser Pfad wirklich sehr, sehr bitter und selbstverständlich auch das Problem, dass man den Menschen das so verkauft hat, dass ohne den Euro irgendwie der Frieden in Europa gefährdet sei. Also so ein wenig eine Erpressung, eine emotionale. Naja, okay. Ich hoffe, ihr konntet da einiges mitnehmen. Insofern das Video gerne teilen. Ich denke, die Erklärung ist einigermaßen eingängig. Kanal abonnieren, uns treu bleiben und bis zum nächsten Mal. Danke.